Das leistungsstarke Ultraschallverneblersystem verwandelt Wasser in feinen Nebel und gibt diesen an den Raum ab. Die Entkalkungspatrone sorgt für Nebel ohne Kalkrückstände. Das System garantiert zudem einen niedrigen Stromverbrauch, extrem leisen Betrieb und die antimikrobielle Wasserreinhaltung mit dem Ionic Silver Stick. Dieser Ionic Silver Stick hemmt wirkungsvoll das Mikrobenwachstum im Gerät und hält das Wasser dauerhaft frisch. Über die drehbare Düse erreicht der U200 eine Befeuchtungsleistung bis 300 Gramm pro Stunde und ist geeignet für Raumgrößen bis 50 Quadratmeter. Mit dem stufenlosen Leistungsregler kann der Nebelausstoß reguliert werden. Für ein besonderes Wohlfühlklima können nach Belieben Duftstoffe verwendet werden. Die blaue Wasserbeleuchtung unterstreicht das Design des U200 und ist auf Wunsch ausschaltbar. Bei Wasserleerstand schaltet das Gerät automatisch aus. Der EOSWIS U200 ist sehr einfach zu bedienen, findet dank seiner kompakten Größe überall Platz und garantiert mit dem Tankgriff eine bequeme Befüllung.